Musik Wegen Werten, die er entsprechend analysiert hat Also Coutinho, Davis und Arp Jetzt von rechts nach links Tolisso draußen Und die drei gegen Martinez, Perisic und Cuisance Davis Gute Parade von Ron Tom Hoffmann Und die drei gegen Martinez Robert Kovac, der immer die Nummern durchgibt Nach denen sich die Teams bilden Wie gesagt, kurze Spieldauer, aber sehr sehr hohe Intensität Und die drei gegen Martinez Und die drei gegen Martinez Das Ganze, wenn man sieht, dass das Tor vielleicht so 10 Meter vor der 16er Linie steht, von der Mittellinie, sind vielleicht so Pi mal Daumen, 25 Meter Spielfeld. Das Gute an diesem Trainingsspiel ist, dass Bayern auf alle Fälle gewinnt, es sei denn, es geht unentschieden aus, aber in dem Fall werden es wohl die schwarzen Bayern richten, Tulisso wieder, Martinez verkürzt, das war es denn aber auch. Einer darf immer verschnaufen und ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht eine gesamte Runde vielleicht sieben Spiele umfasst, sieben Feldspieler, jeder darf einmal raus. Hansi Flick spricht ja nochmal mit Cousins, gibt immer wieder Kleinigkeiten, wo man den Spielern auch vermutlich Tipps, Verbesserungen mit auf den Weg geben kann. Martinez als Wandspieler. Er war dem Geräusch zufolge Innenpfosten und drin und das war ein Doppelschlag. Und ab mit dem 3 zu 0 für Team Rot, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, Tulisso verkürzt. 4 zu 1, das ist jetzt ein richtiges Torfeuerwerk, 5 Tore in dieser kurzen Spielzeit. Und es geht nahtlos weiter durch den Schleifer Robert Kovac. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nachträglich eine Korrektur vornehmen muss, weil Robert Kovac immer sagt, Team Rot und Team Blau. Für mich waren das bisher eher schwarze Leibchen, aber vielleicht gehe ich dann mal morgen lieber zum Augenarzt. Auf alle Fälle, glaube ich, verübelt es mir hier keiner, wenn ich nicht die Farbe ausspreche, die Robert Kovac immer erwähnt, sondern entweder schwarz oder die dunklen Shirts. Auch immer wieder das liebevolle Pflegen vom Rasen, das man hier erkennen kann. Gerade Hansi Flick, der da an Stellen gegangen ist und den Rasen wieder eingetrampelt hat. Next round. Next round. Also ich glaube, dass jeder vor dieser Trainingsform eine Nummer zugewiesen bekommen. Weil ich da versucht hab, jetzt irgendwie mal rauszufinden, wer welche Nummer ist. aber das ist in der Schnelle der Zeit nicht möglich. Und Hansi Pfleck weiterhin als liebevoller Rasenpfleger. Untertitelung des ZDF, 2020